Was für ein wunderbarer Tag! Schau, ich fange später hin! Ich krieg sie! Ich krieg sie! Hallo, was machst du? Gehst du deine Wurzeln? Ja, ich will bis in dem Himmel weg sind. Oh, ich hole mich noch ein. Oh, Kaido, komm lass uns zurückgehen. Ich habe einen riesen Hunger. Oh, Pippen! Das kann doch nicht sein, dieser verdammte Gaul. Mein Gott, komm her jetzt! Tenebries, der große Herrscher der Unterwelt verlangt schon wieder ein neues Unterpfand, damit wir unsere Ländereien ausweiten können. Bah, jetzt verlange ein freies Kier, stark, präftig und mit eigenem Willen. Auch, dass es ihm zu Willen werde. Nicht genug damit, dass wir jedes Mal, wenn wir geraubt und geplündert haben, jedes Mal diesen unselnigen Kumpet durch dieses stinkige Moor machen müssen, um die Beute heimzuschaffen. Den lichten Mal nicht durchschnären können, verdammt nochmal, also mir reicht es jetzt. Jetzt bringe ich ihm diesen schwarzen Gaul. Stolz soll er sein. Hengst soll er sein. Schnell soll er sein. Und vor allem frei. Frei soll er sein, damit Tenebriesen. Stolz soll er sein.